Wir haben Augsburg, Sonnenblatt, und wir haben das Lick-Arsch. Also umbatternische Funktioniert, Norbert Räger, Punktrichter Karl-Heinz Wolfstädter, Werner Sissultau und Franz Reuter. Rägen 2, Runde 1. Rägen 2, Runde 1. Rägen 2, Runde 1, 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 Runde Das ist ein Wettbewerb. Sieben, Sieben! Sieben, Sieben! Werden Sie nicht hierher? Die größte! Bitte 5 Knochen! Der ist ja wir hier! Hallo, ich war so groß. Ich war so groß. Ich war so großartig, ich war so großartig, ich war so großartig! Ich war so großartig! Das ist ein Frauenkunde der Tests. Das ist ein Frauenkunde der Tests. Ja, das ist ein Frauenkunde der Tests. Ah, mit mir hast du zugehört. Das brauchen wir nicht. Lass mich da nicht. Das war schon krass. Und hier, das macht mich da nicht. Das war schon krass. Das war schon krass. Das war nicht so krass. Das war schon krass. Nein, schrie, schrie. So, ich sag da. Hör auf, übrigens. So, hör auf. So, mach fluchte. 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 Weil wir nicht so viel Spaß machen. Eichsinginnen und Haar mitfas, so schwerst du mitfasen sie haltet. So, mach fluchte. So, mach fluchte. So, mach fluchte. So, mach fluchte. Wir kennen von der Runde, meine Damen und Herren. Daniel Kanzler, die VfL, ist 16 Jahre alt, bestreitet heute seinen 17. Kampf. Der Oberbayerische Meister 2013 ist der Oberbayerische Meister 2014 und ebenso der Südbayerische Vizemeister dieses Jahres 2014. Niko, Niko, hast du umgezogen? Was? So, nice gear, nice gear. Hey, nice gear. Oh, cool! Cool! You can't! You can't! Come on! You can't find her, du bayerische, du bayerische. You can't find her! Ich bin der Oberbayerische Meister. Die beste Boxer immer Meister. Das ist ein guter Stoff. 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 Das ist ein guter Stoff.